Und die Offenberger Höllenteufel haben mir keine Informationen gegeben, selbst der Geraint, was sich hier aufspielt, gefolgt von den Bierbaumer Street Devils. Hier haben wir eine nette Oma, die sich in die Ausgehuniform geworfen hat. Ein Ledermantel mit Lochhose. Und nebenbei sorgt sie neben den schmutzigen Sälen auch für eine saubere Straße, auch hier wieder die Dualität wunderschön zur Schau gestellt. So, da haben wir jetzt eigentlich einen ziemlich leise laufenden Motor. Und der schiebt schon der Kollege, deswegen ist...